Der Karvikirche Adventspotländer. Heute Türchen Nummer 16. Heute haben wir den 16. Dezember und morgen gibt es an dieser Stelle die Lieblings-Top 5 der Weihnachtslieder. Wir haben mal eine Umfrage gestartet und da kamen dann überraschende Ergebnisse raus. Und übermorgen, da gibt es dann die grässlichsten Weihnachtslieder. Da ist dann wahrscheinlich nicht unbedingt eine Überraschung dabei. Ihr werdet wahrscheinlich alle Lieder kennen. Und um euch da richtig drauf vorzubereiten, kommt jetzt was richtig Klassisches. Der Philharmonische Kinderchor Dresden. Süßer, die Glocken nie klingen. Engellein singen, Frieden von Frieden und Freude. Glocken, die Glocken verklingeln. Glocken, die Glocken verklingen. Leicht, wie das Christkindlein hört, tut sich vom Himmel dann schwingen, heimert er nieder zur Welt. Segnet dem Vater die Mutter das Kind, segnet dem Vater die Mutter das Kind, Glocken mit heiligem Klamm klinget die Erde entlang. Glocken mit heiligem Klamm klinget, Heiligabend ohne Gottesdienst? Das muss nicht sein! Wir bringen Ihnen den Gottesdienst in Ihr Radio. Am 24. Dezember sendet KW-Kirche vom Bürgerfunk Recklinghausen e.V. in Kooperation mit Radiofest einen besonderen Radiogottesdienst. Impulse, Andachten, Gebete, natürlich die Weihnachtsgeschichte und Musik von Klassik bis hin zu modern. Wir versüßen Ihnen den Heiligen Abend. Der Radiogottesdienst startet um 20 Uhr. Wir freuen uns schon jetzt auf Sie. Der KW-Kirche Radiogottesdienst. Heiligabend um 20 Uhr. Der KW-Kirche Radiogottesdienst Der KW-Kirche Radiogottesdienst